So, guten Morgen, willkommen zurück zu Hurricane. Ja, es geht mal weiter, hab ich mir gedacht. Oh, ich hab's länger nicht mehr gespielt. Oh, das wird doch nix. Das wird sowas von überhaupt nix. So, Moment, wo war jetzt was? Da schieße ich. Da schieße ich die Granaten raus, da die Powerline. Da schalte ich die Waffen um. Okay, dann stellen wir jetzt gleich nochmal neu. Haha, jetzt muss ich die Steuerung da voll drauf haben, kann's losgehen. Wir verwegen uns mal Dauerfeuern vorwärts. Und besteht zumindest die Chance, dass ich zwei Sekunden überlebe. Gott, es klingelt. Aha, schön. Kann ich da hoch irgendwie? Ja, ich lach gleich nochmal neu. Ich will nicht gleich all mein Leben fortsetzen. Ich meine, oh, ich hab vier Leben. Oh Gott, bin ich gut. Außerdem ist die Zeit, wo wir haben, natürlich begrenzt. Wenn ich hier oben drauf springen. Ja. So sagt mir mein Gefühl, dass das Ding mich zerquetscht, wenn ich drauf bleib. Oh. Da fällt alles um mich rum. Ich kann nichts davon stören. Es war so klar, dass das da ist. Irgendwann kann ich schon mal nicht schießen. Oh. Das ist ja gemein. Oh, mein Schütz, toll. Ich brauche mal andere Waffe. Dann treffe ich das Schütz vielleicht. Ich treffe es sogar. Oh Gott, bin ich gut. Äh. Ah, ich soll doch vielleicht aufstehen. Wow, was zur... Jetzt schießen ich ja noch mit Raketen auf mich. Ich glaube, es geht langsam los hier. Ich kann nicht durch Wände schießen. Ich darf unfair hoch zehn. Okay, wenn ich in die Stacheln springe, sterbe ich sofort. Ist ja schon mal gut zu wissen. Mhm. Das dumme Gefühl, dass ich noch öfters laden muss. Ah, ich springe natürlich direkt rein, anstatt drauf. Oh. Das ist, was ist das denn? Pflanze in Unangenehm. So, dann. Oh. Mir gefällt, was ich da sehe. Boah. So, gut. Weiter geht's. Das erste Sieglet habe ich schon irgendwie übersehen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hinkomme. Und ich... Will ich denn da wirklich hinlaufen, wo ich da hinlaufe? Bin mir da nicht so sicher. Ich will das Ding hier oben zerstören. Das will ich auf jeden Fall... Denke ich mal. Ich will das auf jeden Fall zerstören. So was von soll ich das jetzt sofort zerstören? Ich gucke mich voll auf. Zack, die ganzen Viecher hier. Ist da noch eins? Nein. Gut. Es fängt ja schon mal schön an. Sehr schön. Das ist fast voll aufgelevelt, sehe ich gerade. Da oben war ich schon. Ich schaue erstmal nach unten. Ich griffe jetzt mal das Geschütz. Haha. Ich bin voll gut. Moment. Wo konnte man sich wieder rollen? Ich bin mir voll rollig. Oh, Mann. Da muss ich mich auch rollen, wie es aussieht. Sonst sterbe ich. Also habe ich jetzt so Theorie. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber... Ich kann gleich nochmal von vorne anfangen, glaube ich. Also wenn ich das jetzt nochmal mache, dann kann ich von vorne anfangen. Oh. Schön, wie ich jetzt total fail. Oh, zu kleiner da rein gerannt. Ach ja, richtig. Dieses sofort explodierende Spinnen. Da war ja was. Ich kann gleich von vorne anfangen. Was heißt von vorne? Oh, noch mehr so in diesen Viechen. Ah, no scheiße. Ich will immer drausspringen. Ich weiß einfach. Ich gehe doch nur bei diesen kleinen... Ja. Ich glaube, ich came over. Sehr gut angestellt, ja. Oh, ich bin auf Platz 2 gekommen. Onki-Donk. So, was hier immer wieder großen Kleinschreibungen gibt. Und ich war schon mal auf Platz 1. Was ist denn jetzt kaputt? Wie kann ich im späteren Level weniger Punkte haben als... Im ersten, was? Okay, nochmal. Jetzt auch mit mehr Gefühl, bitte. Aha. Und da muss es auch irgendwie drauf gehen. Oh, komm mal drunter. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Oh. Der war knapp. Mann, Mann, Mann. Wie geht der die Party richtig ab, du? Muss ich das vielleicht aktivieren, irgendwie? Kann ich das irgendwie aktivieren? Nein. Nein. Keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Rätseln. Aber fehlt mir leider die Sight. Und ich spring da wieder rein. Ach, wisst ihr was? Freck mich. Ich hoffe, ich jemals in Level 3 schaffe. Dann kommen ja noch mehr Level. Ich treffe da irgendwas, aber... Ich kann es scheinbar nicht töten. Egal. Teure mit mehr Gefühl. Jetzt mal so richtig mit viel Gefühl. Hm, vielleicht noch nicht. Ich glaube, ich bin schmarrn. Keine Ahnung, wie ich da drauf kommen soll. Jetzt tut mir das deinem Raketenwerfer. Nicht lustig, das Teil. Nicht lustig. So, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja. Und ich will ich jetzt einfach mal... Oh. Störst du, bitte? Und warum habe ich schon so viel Energie verloren? Was soll denn der Mist? Ich nutze mir öfters das Ding. Das, von dem ich vergessen habe, gerade, wie es heißt. Wo komme ich denn da hin? Und jetzt tut mir das mal, wie es spielen lässt wieder, oder? Ja, keine Ahnung. Von Nüssen. Jetzt fallen es auf einmal. Ich bin verwirrt. Das sind doch normale wieder aus dem ersten Level. Die kenne ich noch. Die waren total, ich würde jetzt sagen, einfach. Jetzt komme ich denn da drauf, weil ich zu blöd dafür bin. Oh, doch nicht. Ich bin voll intelligent, ey. Ich komme da rauf. Ich weiß noch nicht so genau, was es mir bringt. Außer, dass ich Schaden nehme, aber... Oh. Das bringt mir Rest. Und wie komme ich denn da rauf? Moment, kann ich da rein? Ja. Indem ich schon mal in die andere Richtung rolle, komme ich bestimmt rein. Ist ja meistens so, ne? Ich rolle in die andere Richtung und du kommst da rein. Ich komme da nicht rauf. Sonst verstände ich mir erstmal meine ganze Zeit, die ich zur Verfügung habe. Na, da kann ich nicht draufstehen. Ich komme... Wie komme ich da rauf? Hilfe! Du erfordert mich mal wieder. Ich muss von der ganzen Kantenfläche nicht da so... Ja! Oh Gott, ich soll da mit dem Rad reinspringen? Der spinnt doch. Was soll das denn machen? Ich soll das denn gehen. Kann ich überhaupt das Rad springen? Nein. Hä? Was soll ich denn da reinkommen? Oder komme ich da wieder raus? Also reinkomme ich schon aber nicht. Was ist das denn für eine andere Seite her? Theorie? Nein. Stimmt nicht. Meine Theorie ist nur der Ast rein falsch. So. Wir machen das Ding jetzt mal platt da oben. Dann holen wir uns die Power-Ups. Komm schon. So langsam wird es doch. Wir müssen noch Dester töten. Und dann... Töten wir erst bei Dester. Oder auch nicht. Müssen sie ja nicht töten. Dann holen wir uns jetzt doch. Ach, Kacke. Ich dachte, wenn ich da ganz rade rangehen, muss ich nicht zurücklaufen. Scheiße. Oh ja, hat ja genug Leben und alles. Leck mich doch. Das ist ja doch in 1000 Jahren nix. Vielleicht soll ich mir das Ding anspringen. Nein! Geh weg. Geh bloß weg. Geh weg. Geh weg. Teil, die härteren Geschütze auszupacken. Zu denen ich dann so hochgelevelt schon habe. Hier hochgelevelt, ja. Ist ja ein Rollenspiel. Nur level ich mal hoch. Ist glänzt klar. Ach ja. Aber zum Glück lebe ich. Lüste es auf. Da sieht es noch besser aus. Was zur Hölle? Und ihr denn von mir? Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ich habe jetzt da die Maximumstufe, wie es aussieht. Kann ich ja drauf landen. Da links ist irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das haben will. Oh, leck mich. Und wer ist das denn? Oh, ja, ich will es haben. Ich will es definitiv haben. Oh, wieso sagt mir denn nicht, dass ich das haben will? Oh, du hast doch alles klar. Oh, das muss ich da wieder rum. Oh, du hast das alles. Oh, okay. Oh, du hast du das. Was denn? Falsche Gegend, ganz falsche Gegend. Ja. Was? Wo kam die denn jetzt doch her? Ich muss zwei oder was? Was ist denn das untere? Scheiße. Ich spring natürlich wieder voll rein. Ich bin so toll. Ich hab so unglaublich drauf. Noch einer. Feierabend. Feierabend? Für wen ist halt die Frage. Nicht für die Gegner, so steht fest. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Toll. Ich will doch wieder nichts. Ich will doch jetzt schon. Schön. Schön. Zum Glück kann man speichern. Ja, ich seh's. Ich bin Game Over. Und langsam... ...kam... ...onkydonk, ja. Hopp. Ich kann auch meinen Namen nicht schreiben. Ich bin eh geistig zurückgeblieben. Und sonst hab ich mir nur umgegeschrieben, wie's aussieht. Was ich, glaub ich, wieder machen werde, weil's schneller geht. Oder ich schreib einfach nur H, weil... ...oder einfach nur auf irgendeine Taste gedrückt, weil schneller geht's gar nicht mehr. Ich wüsste immer noch gern, wie ich da raufkomme. Kann ich da hingegenschwimmen? Komm, darf ich hochschwimmen. Ha, ha, dummes Ding. Glaubst du wirklich, mich schlagen zu können? So schließe ich unbesiegbar. Mein Skilllevel ist grenzenlos. Oh, vor meinem mangelnden... Was zu... Ach, da oben ist das Geschütze, das hab ich da ganz vergessen. Ich würde schon wieder eine Raketenwaffe schießen. Ha, ha. Ja, ob sie du kannst mich stoppen. Ich bin schon mit ganz kleineren Problemen verrecht worden als mit dir. So, dass die Raketenwaffe da oben, dass sie leicht deplatziert wirkt. Wie ich nur erwirkt, der ist leicht deplatziert. So, Bienennest töten. Ich töte das Bienennest. Weil ich hab Angst vor Bienen. Ich bin allergisch oder so, keine Ahnung. Ich muss allergisch sein, sonst würde ich sie nicht töten wollen. So. Typisch. Komm, sticht einmal die Bienen, löscht der Mensch gleich die ganze Bienenneste aus. Oh, oh. Da sind wir jetzt vier. Gut, alles ruhig. So, da oben komm ich immer noch nicht rein. Keine Ahnung. Muss ich wohl von der anderen Seite her ankommen. Oh. Alter, falsche Wache. Ha. Das nehmen wir natürlich mit, was da noch so oben ist. So. Gucken, damit ich nicht irgendwie wieder was verwechsel. Alles töten, was so rumkrocht und fleucht. Aber es war noch nicht nah. Moment lang hat die Angst, dass ich nicht so nah wäre. Ach, scheiße. Jetzt hab ich mir nicht aufgepasst. Ist immer dasselbe. Ich seh's, aber ich lauf dann doch irgendwie wieder rein. Und ich spring auch immer wieder da rein. Das ist einfach zu schön. So. 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 Dann muss ich, glaube ich, ganz links. War das? Ah. Ich muss erst mal ganz viel Energie vor allem verlieren. Super. Ich seh nicht genau, wo ich hin muss, aber ich glaub ja. So. Das ist so mies, ne? Das muss man wirklich auf den letzten Strich springen. Vielleicht für diesen Supershop dauerhaft. Soll ich irgendeinen Cheat führen, dass ich den dauerhaft krieg? Ist ja echt noch richtig schön. Hahaha. Du guckst, wie du das schaust, ne? Oh, da kommt noch eine. Töte ich mal, bevor sie mich tötet. Und weiter geht's. Eider weiter, ne? Jetzt kommen wir da gleich mit 2 Milliarden Raketenwaffe. Oh. So töten wir den. Oh. Mal. Und um. Dann willst du mich auch irgendwie ziehe suchen und dreh dann noch einfach mal um. Und die strechst du wieder mal. Und die strechst du? Und die ist tot. Es gibt auch keine weiteren mehr. Nein. Gut. Geht's auch nicht weiter, dann können wir oben weiter. Ah, leck mich. Ich hasse sowas. Ich hasse es. das war knapp nach oben gucken nicht nur auf die raketenwörfer achten dann würde ich auch sehen dass dieser stein hier dann zb runterfällt könnte entsprechend reagieren aber reagieren war ja noch nie so meine Sache kommt da noch irgendwas wo kommt da noch irgendwas da oben ist eine Raketenwache ich würde erst mal den und dann stelle ich fest dass irgendwie die Raketen nicht direkt nach unten fliegen können sollte ich mir merken also wird es gleich mal wieder vergessen dann kann ich entscheiden was ich töten will zuerst ich glaube dich und dich und das nest so ist gut ach und ich ja hat sich total gelohnt oh man ich glaube ich muss da rauf also gehe ich erstmal da lang weil da geht es auch Power an so gut wo ist denn die durch machen wir es mal so und dann können wir hier ein wenig breitere Masken abdecken und stellen fest dass das nichts verdient auch nicht so das wahre auch nicht so das wahre oh ich kann da durch das sagt bei mir jetzt erst kann ich das auch so machen ne ich bin ein schlauer Hund hallo also so jetzt machen wir erstmal alles platt hier ich bin nämlich geladen ist und geht nicht mehr ha köstlich köstlich oh nicht in die kugel springen nicht in die kugel springen nicht sinnlos zeug verschmeißen verschmeißen ja ich schmeiß das zeug es sieht zwar so aus als würde ich schießen aber ich schmeiß in Wirklichkeit ich nehme es schmeiß Schuss kommt von schmeiß Fliege so ruhe jetzt oh ich sehe lustige Sachen ich weiß nicht wie ich rankomme ach ich bin aber wieder voll in den Schuss rein anstatt so klug zu sein das anders zu machen richtig aber so geht auch irgendwie geht es immer ah jetzt komme ich nein was machst denn du so drehst du dich jetzt in die andere Richtung gut dann willst du mich verarschen willst du mich verarschen was zur ich ah was machst denn du also ah das ist so mies gemacht dass man da durchfliegen kann verstehe wie komme ich da jetzt hoch ach ich habe auch gerade Zeit für solche Unsinn ich habe keine Ahnung wie ich da jetzt wieder hoch kommen soll wenn es dann lustig Siegel gäbe aber wie ich das jetzt wieder heraus finde Moment da hinten ist doch noch ne da ist nichts mehr ich habe gedacht da wäre vielleicht noch was komm schon stirb 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 schon danke ähm will ich da runter nein aber was ich will äh ich habe jetzt irgendwie hier was äh oh fick dich oh das ist nicht lustig oh jetzt kommen wir noch mehr Gegner jawohl genau was ich mir gewünscht habe Bossgegner allein reicht ja noch nicht nein dann müssen wir noch mehr Gegner reinplopfen oh was ist los spinnst wohl ganz toll ganz toll Bossgegner gehe ich dann richtig in der Ausnahme dass das Level gleich vorbei ist hahaha ja wenn kurz oder will ich mir das noch ein ist das irgendwie effizienter als meine vorherige Waffe nein ne nein ich glaube nicht im geringsten deswegen nehme ich wieder die hier habe ich vielleicht ein Feuerradius dann sterb dir bitte mal alle danke ach ja leck mich sterb doch ah fuck off jetzt erpiss dich erpiss dich erpiss dich das hätte ich mir jetzt sparen können ich bin ja voll rübergehend unverwundbar äh geht ihr mal alle sterben danke oh so ist gut so kannst du bleiben bitte hey nicht bewegen sollst du bleiben habe ich gesagt so so ja genau so ah die schwimmen immer so zickzack haha ja genau so so musst du bleiben kleiner nein 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 nicht in die Fischen ah ich spiele natürlich direkt rein weil ich den anderen Gegner ausweichen muss nehmen wir aufwähne gegen dazu kommen ach ja das liegt eher in mich rein toll ich komme zum Boss bin ich irgendwann schon gekommen das war es dann aber auch haha ja jetzt geht ihr mal sterben warum ist nicht gleich so das ist eine ultimative Vernichtung ah ja ok toll Gott sei vor der Boss tot ist next mich am Arsch ja 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 oh ich habe über 200.000 Punkte schon geschafft toll sehr wie in den neuen Spielen wo ich immer nur ein Checkpoint speichern kann ich habe den Spieler wohl für zu doof selbst entscheiden zu können wenn er speichern möchte äh jetzt geh sterben zieh mir nicht meine Lebensenergie jaa ach leck mich echt man ne boah warum geht jetzt meine Framerate runter was soll der Dreck ich glaube das wird in 2 Leveln äh 1 Level pro Stunde es wird nichts werden jetzt gehst du sterben soll der Dreck so so weiter schießen nur die oh ich habe das Geschützschild vergessen so dann mal was ich war doch gedruckt ach sehr schön läuft ja vorzüglich ganz großes Kino ach ich verwund mich schon wieder ich glaub aber nicht ach ich muss mich mehr konzentrieren glaube ich ich muss mich mehr konzentrieren glaube ich ok nächster Versuch ich würde mal sterben was ich verlieren Energie wenn ich oben draus springe nicht dein Ernst wir sind zu hugo ich hugo hasse ah böses Geschütz ganz böse mach schön aus ha 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 oh nicht springen ja ich überlebe es noch Gott bin ich verdammt gut komm her lass dich töten lasst euch doch töten fühle ich ihn her an der Krang geht weg ihr seid alle ganz böse ihr seid böse böse Insekten ganz böse ich möchte dass ihr weg geht und sterbt und nie wieder kommt weil ich euch so wenig mag wenn ihr so böse seid alles abschließen ach es ist so schön auch wenn mich das Spielmechanik ein wenig überfordert ist es tot? nein jetzt ist es tot ohhhhhh ja krieg mir Heilung ohhhhhh das habe ich gebraucht genau das und nichts anderes alles bitte alle sterben so bitte sterben danke yeah oh ich springe einfach irgendwo runter ohne zu schauen da er irgendwie quer ist immer wieder mutig ohne ende so ha ha anfänger na stirb schon ui soll ich beinahe ha 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 ich habe dann gedacht siehst mal wie intelligent ich bin alle anderen werden natürlich wieder reingesprungen aber ich nicht ich bin viel zu clever für dieses Spiel ha 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 anfänger ich habe es nämlich voll drauf deswegen bin ich auch gut und alle anderen schlecht ha 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 hab ich schon erwähnt dass ich allwissend bin das heißt zwar jetzt nicht dass ich alles weiß aber doch schon ziemlich viel ne oh der Block ist schon kaputt kommen da nicht normal noch ganz viele von da unten klappe dich wir spielen jetzt Ball ich hab jetzt mal Angst dass ich wieder runter falle ich hab jetzt mal Angst dass ich wieder runter falle jedes mal wieder kommt hier irgendwas ich glaube ich wollte sterben ok ha 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 anfänger dummer idiot ich glaub sich mit mit mir messen zu können aber ich bin nun mal unbesiegbar ich bin einfach so gut wie er siehst ha 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 dummer Steinbruch glaubt ihr wirklich sich mit meiner mit seiner hinterwertigen ho hinterwertigen Intelligenz sich mit mir messen zu können ich hab schon viel intelligentere Steinbruch wenn ich fress hin ah geht man da schon schwieriger ne die sind voll schlau so weg dem ich würde zwei schießen nicht mehr von dir nicht mehr zu liegen ich nicht so gut dass jeden soll ich komme darauf irgendwas übersehen der spielemechanik ich meine sicherlich habe ich das aber darum geht es ja jetzt nicht warum sagt er denn das niemand verstehe die frage gerade nicht schweige denn die antwort dazu toll wie er mich wieder trifft und ich kann die waffen auch wechseln während ich schieße sehr lust diese information ich würde jetzt nichts dagegen wenn du mal sterben würdest und du kannst auch mal sterben bitte alles töten nein leck mich den habe ich jetzt vergessen das sind schon zwei leben weg keine ahnung was ich da eben alles aufgesammelt habe auf jeden fall eine ganze menge stirb geschützt stirb danke also der ist schon tot ok dann stirbst du mal und stirb ich sie einfach alle töte ist einfach so riesen schlecht schön ja dann ist ja der level gar nicht so lang würde ich mal sagen ach ja stirb das ist mir weh dafür musst du sterben nicht nett was ihr davon produziert jungs gar nicht nett ich möchte sogar kurz glatt sagen das ist total unnett und ich möchte mal sterben bitte mal sterben danke sterben bitte danke sterben bitte danke wir machen gleich runter vor dem entgegenen aufleveln ich denke ich bin das wesen muss ich gleich mal rein laufen so gut tschüss 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 ok da komme ich jetzt eh wieder nicht rauf warum auch immer auch wenn dieses speed up wunderbar für den endgegner gedacht wäre äh geeignet wäre fürs wahrscheinlich auch gedacht ist ui ok so jetzt haben wir noch ein wenig zeug auf und dann verletzt den endgegner schon mal bevor er überhaupt nicht fällt ist mal wieder weg ok wenn ich muss mich ungefähr hier weg so ist doch gut so bitte bleiben hey du sollst du bleiben habe ich gesagt wieso war ich jetzt auf einmal sofort tot so in der direkt boah das sind so viele nicht einmal lebt erstaunlicherweise noch so einfach so so ist der inbus ja gar nicht so schwer möchte ich mal sagen kugeln muss ich zerstören dann wird das was boah ja da kommen nochmal zwei milliarden fische raus so wo ist denn der ausgang 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 und ne ich sag jetzt nicht es geht noch weiter was für ein rassistisches spiel ist denn das geht das echt noch weiter oder was also beim letzten boss kam auch der endgegner direkt danach der ausgang oder also meine ich mich zumindest zu erinnern oder täusche ich mich da gerade schein mich zu täuschen ich kann diesen einen block dann nicht töten also ganz toll hast du ach die fliegen ja nach unten die Viecher oh scheiße boah ja ihr spinnt doch alle einfach total eine in der Waffe oh ja ganz toll jetzt läuft es natürlich vorzüglich das hört ihr level jetzt nicht auf ach ja jetzt ist so jetzt kugeln zerstören das geht gut mit dem Ding das ist ja total low ist wann das nur liegen kann vielleicht soll denn das ich dauernd sterbe also knapp ist dafür jetzt gar kein Ausfall gewesen oh das funktioniert auch mit den Bomben ist ja heftig Exit kein Exitschuss 10 mhm ähm ja ich muss mal kurz was wieso bin ich jetzt wieder auf Platz 2 äh ach was werden hier Punkte vergeben bitte ich muss mal kurz unterbrechen mal gucken so nach der kurzen Unterbrechung geht es gleich spontan super toll weiter spontan vor allem ich hatte das überhaupt nicht geplant hier weiter zu machen boy total überraschend überraschend sogar selbst zum Beispiel nehme ich den da wieder sterb äh erraschender war jetzt gar nicht ha 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 ja ich habe mal einen Skill hab ich schon erwähnt das ich glaube das habe ich im ersten Part schon erwähnt das gelegentlich die Tasten hacken wenn ich den äh äh wie halt nimmt man das jetzt inzwischen 3D Stick benutze zum springen ach ja ich habe nur so leicht berührt aber äh hä hast du eben einen Stein da reingeklitscht Glitschi Glitschi 3 Dollar äh oh jetzt habe ich beide das Geschütz vergessen ha 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 aber nicht mit mir kleiner du hast keine Chance du auch nicht ha ha ich bin jetzt unbesiegbar ich habe nämlich voll der High Skill ich muss ja voll wissen ich bin voll krass drauf jetzt töt euch alle und töt euch alle und seid nichts im Vergleich zu mir und meinen überragenden Fähigkeiten und meine Schusswaffen mit denen ich gerade super total vorbeischieße zum Glück gibt es ja keine Munition ha 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 weil ich mir gerade richtig bitter vorstelle wenn man im letzten Level ist und so und dann überhaupt kein Power-Ups hat was ja theoretisch auch funktioniert also wenn man im Struktureril den Geheimlevel nimmt dann geht das und ich sammle die 2 sammle ich die 2 auf ich sammle sie auf ich sammle sie auf one up yeah und bräuchte ich tausend Stück und dann kurz los gehen also tausend so Power-Ups und dann geht der Spaß los komm schon stirb ich würde sagen ich lasse es da liegen aber es verschwindet ja irgendwann da ist ja das Problem eins der Probleme man kann es auch nicht mitnehmen weil nein ja früher war das doch so da konnte man Zeug nicht mitnehmen was ist was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen öh ist das einfach durch mich durchgeflogen oder was so ja wir fallen doch mal runter na will ich doch mal hoffen hier dummes Ding habe ich schon mal einen unglaublich hohen Skill erwähnt ich bin grad voll skillig ich skill grad voll ab oh der hat jetzt Maximum können wir vielleicht mal den nehmen ja flieg da rein sehr schön aber jetzt nehme ich erstmal wieder den oh ich bin unverwundbar wie es aussieht ha 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 unverwundbar ja glaube ich zumindest dass es unverwundbarkeit ist ja es ist unverwundbarkeit und ich glaube mal weiter und keine ahnung wie dann das noch fällt deswegen laufe ich einfach mal ganz schnell weiter das zeug neigt nämlich dazu ganz schnell wieder aufzuhören hui und da möchte ich nämlich ehrlich gesagt nicht da muss man sagen ah fuck trifft wir natürlich das musste ja passieren naja scheiße was ach komm warum hat er jetzt erst ausgelöst er ist doch zum kotzen hui egal alles ist gut ich bin noch recht weit kommen ohne einmal zu sterben und oh den habe ich später ganz vergessen diesen Stein vergesse ich immer das ist das ist ein gefährlicher Stein das ist ein vergiss mich Stein den kannst du voll vergessen haha das ist nicht halb so lustig wie es klingt ach ja ach komm leck mich es lief so gut und jetzt schon wieder stirb ach jetzt leck mich doch das einmal nicht klappt dann klappt es überhaupt nicht mehr dabei war ich so nah von der Energie ach komm wir jetzt sterben Jungs stirb Kugel stirb stirb Geschütz stirb hey die konnte ich vorhin töten achso ok ich muss grad sagen sobald die jetzt nicht mehr töten ich muss mal kurz kratzen an einer ganz gewissen Stelle genau da am Kopf ach komm schon leck geh sterben geh sterben komm der Scheiße jetzt das wollt grad zu sagen oder alles töten muss ich jetzt stirb doch dann eben nicht stirb nicht funktioniert wunderbar wir tun genau was ich sage die ganze Insekten zu töten treffe ich den nicht treffen äh was hab ich da jetzt getötet keine ahnung ja hauptsache es ist tot uiuiui ach komm die sterben so nicht weit genug ran dran dann und wann komm schon komm schon komm schon na also sterb doch ich hab nicht ewig Zeit ne da wollen wir nicht nochmal hinter ah so dauerfreund weiterlaufen alles wird gut komm das bei der Boss wieder den machen wir ja wissen wir jetzt wie wir den plätten müssen einfach so komm schon ja so ist gut oah das ist das Ding bin ich vorhin nicht so schnell gestorben das erklärt einiges ha 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 dumme Fische ich muss nur auf die scheiß Kugeln aufpassen das könnte unangenehm werden ja toll hab ich jetzt oah ja super vor allem nicht ist das besser aber vor allem ist vorbei komm herunter nicht so weit runter nicht so weit runter warum stirbst du nicht du scheiß Kugel vor allem gibt's es doch viel besser warum jetzt nicht mehr weg sprich doch am Arsch komm die sterben ihr Kackkugeln ja ich hab ich 2 Milliarden Leben verloren ah man kriegt nicht mal ein Leben wenn man einen Boss besiegt hat rassistisches Spiel hier lass uns jetzt mal wieder aufpassen natürlich überleben so eine Powerline ist ganz logisch ich würde mal sterben erst mal das Bienennest hier töten irgendwie komm schon na also so so oh sie ist tot so machen wir das diesmal wie ein Geschickter hier aah ich hasse es es war so klar dass mich noch eine trifft ich hab ja noch das da was ich war doch noch unverwundbar ja toll ging raus weit kommen wir eben schon mal aah ja toll ja komm das wird kein Schwein waa zur Hölle ich hab doch nur S gedrückt hallo so nach was auch immer für ein Problem ha toll ich hab doch nur S gedrückt was soll denn der Mist schon wieder wir töten alles da ist mit dem Stein verschwindet tötet auch noch die Fliege da ha oh vergessen mal wieder das Geschütz kann uns eh nix anhaben das spielt ja bloß auf Hurricane ich weiß ja nicht so aus ob das irgendwelche Anforderungen stellen würde jetzt töten wir noch die da unten mal gut töten ich schieße mal an halt ne schön dass wir mal drüber geredet haben und so ne so in etwa wisst was ich meine ganz toll wunderbar heilig finde ich schön stehst du bitte mach danke du wirst nicht sterben wie es aussieht ich hab das Geschütz jetzt eben schon erwischt jetzt hab ich es aber ja ich hab Shield und die zwei Dinger sammle ich diesmal nicht auf und die Mauer war zu Platz ich hab Shield übrigens da guckst du wie du schaust du scheiß Blocker gegen mein Shield kannst du nicht bestellen das ist so ein Power Shield weißt du ha 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 ja jetzt packe ich aber mein Skill mal richtig aus hast doch gar nix was du auspacken könntest huuuuuh ey nicht anschubsen hier mag ich gar nicht ich steh nicht so auf Sekten naja klar ist die mich trotzdem treffen aber was solls ich hab mein Scheidholz ha 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 hüpf das ist immer so knapp gehalten das gefällt mir immer nicht das will mir gar nicht gefallen wow warum sind das auf einmal nur noch so viele oder sonst nicht oder ach komm wenn ich an dem scheiß Drecksding fest dann verreckt deswegen mal schauen ob ich das noch schaff toll mal schauen ob ich das noch schaff das ist sowas von wow bei der Überlegung geh ich heute mal nicht da runter komm schon fall runter komm schon fall runter du willst es doch auch komm schon fall runter komm schon fall darunter nicht nicht mehr toll so schön ruhig die rakete für rakete abwarten ganz ruhig dann wird das was scheiße ich habe die letzte nimmer gesehen leck mich doch schön warten wird es auch was noch einmal warten schießen warten schießen dann wird es steht die theoretische möglichkeit dass auch ich gewinne die waffe auswählen für das ding das dauert zwar so länger aber ziemlich lang wollte ich sagen aber es geht es geht das ding unplatt machen und da oben ja ich habe es einfach drauf sagen geht sterben bitte danke oh den soll ich erst mal töten bevor ich da rausspringen weil jetzt tötet er mich noch das kann ich aus irgendeinem grund durch die mauer durch töten soll das so sein keine ahnung ich schwöre mich auf jeden fall nicht dass es so ist ja auch schön blöd wenn ich das tun würde so muss man das wasser unter strom setzen ich bin euch mächtig unter strom so rassier euch ab jungs so richtig derbe aber wenn ihr bescheid wisst perfekt gut dann gehen wir jetzt noch mal darauf und hoffen dass mir da nichts noch mal gekillt werden oder so was ich ja locker hinbekommen würde also für mich ist es für meinen skill ist es überhaupt kein thema mich da killen zu lassen ja dr 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 komm schon der beste ran bisher jetzt holen wir doch das leben das leben das leben hm äh ja das wird zwar auch nichts ich komme ich soll ich denn dann aufkommen ich verstehe es gerade nicht ich verstehe es gerade echt nicht die nehmen wir auf jeden fall noch mit genauso wie diese power den nutzen auch immer äußerst fragwürdig ist so dann heizen wir es mal ordentlich drauf haha ich muss nur die gegner achten sie schießen torpedos die mich instant killen den kontakt sollte ich vermeiden da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so scharf drauf ah nein nicht in mich rein ich bin doch eher schüchtern nicht so nah am sendrand das ist ungesund sag ich ja das ist ungesund sehr ungesund komm stirb komm stirb wow geh weg wir sterben und geh weg weg ach fuck ich hätte vielleicht den normalen schuss nehmen sollen hm naja also den hier ne egal ich habe es erstaunlich gut überlegt möchte ich mal sagen also wirklich verdammt erstaunlich gut ich habe nur ein leben verlor und wir können das argumentieren ich hatte volle energie aber das ist das darf man nicht das hab ich jetzt einfach mal geh sterben erst bei das bienennest töten dann geht denn das level noch war ich letzt nach dem boss nicht vorbei ach ne ich glaube es ging noch ein stück und dann war es vorbei oder treffe ich mir damit irgendwie die pflanze Moment wenn ich so schräg schieße ja perfekt 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 so muss das sein ah da gibt es ja noch eine rassismus vom feinsten vielleicht sollte ich mal die waffe wechseln irgendwas mit dem ich mehr treffe was ach leck mich den schon wieder vergessen was ich war da eben noch unverwundbar das ist ja scheiße macht dann auch wenn man den dringsten braucht man 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 oh ja power up nein bei uns das ist jetzt nicht so mein ding oh jetzt habe ich Angst dass ich schon da reinfalle hm ich sollte vielleicht auch mal diese power lines benutzen ich habe davon nämlich doch reichlich viele aber ich benutze sie irgendwie nie weil ne ich will sie nicht verschwenden an gegner ich will nicht alle behalten was hat das jetzt so ein schuss glaube ich komm schon hallo test du das mal hallo na ebenso nein ach leck mich ich sehe es dann einfach was was war das jetzt wieso bin ich jetzt zweimal gestorben was soll der dreck toll warum bin ich jetzt zweimal gestorben die töten mich natürlich auch toll toll innerhalb von fünf sekunden zehn leben verlieren hey ich bin weitergekommen als jemals zuvor ja ist gut komm ich habe nicht ewig zeit hey jetzt bin ich auf platz eins gewesen oder keine ahnung so ist nach dem boss nicht schluss ein boss ist ein level zu ende mensch die entwickler haben auch keine ahnung gehabt ach leck mich ich war doch noch mensch und das töten 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 blablabla ja sterb doch alle danke ah bin ich gut da ist einfach so drauf schutz vergessen jetzt drücken wir das ding da oben nach ach ja wir töten es aber wollen dabei natürlich auch ein bisschen sterben gut das ist nicht so das problem ja wir kriegen es ja gleich wieder wir kriegen es ja gleich wieder so voraussilfertigen wir leben lang genug was wir jetzt einfach mal voraussetzen müssen zum kotzen es ist zum kotzen komm geht an die sterben bitte doch flächendeckend muss ich arbeiten alles andere ist total ineffizient so komm stirb tschüss lass mich weiter ja geht alle sterben und da la 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 ich bin flächendeckend auch tot gut komm gib mir heilung na also so die nehme ich mit einfach weil ich es rüber geschafft habe und nicht so gut bin was zur hölle nicht springen nicht springen kommt und stirb oh 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 shield ich könnte mich alle mal ich habe nämlich shield ach vielleicht auch wenn ich es so mache töte ich euch ja auch mit mit dem rad boah ich wollte mich doch drucken komm schon geh weg dummes rad äh dummes rad ich meine es natürlich das dumme äh äh ah jetzt hört es natürlich auf ja leck mich ich hasse es es passiert immer in solchen situationen nie wenn es irgendwie mal ungünstig ist äh günstig wäre ja jetzt roi die power ups spinst wohl bleibt ihr da ich brauche öfter solche unvermutbarkeitsschilde höp maximum abdeckung maximum strange äh falsches spiel so wieder sterben danke alles töten schnell es wird gleich wieder auf es ist so bitter na toll es hängt wieder unten fest das dumme ding ahhh spiellogik ist so dämlich komm schon da raus jetzt kann ich die nicht töten ohne selbst bei drauf zu gehen so ich töte ich muss ich ja leider auch töten soll ich besser nicht da hängen bleiben was ist du denn du bist ein berg für sterben halt hahaha dummes ding das kann nicht nur ein gegner sein schau mal nicht das ist noch da ja aber das zählt ja wohl kaum als gegner haha glaubst du du kannst dich besiegen was nicht heute junge nicht heute was für ein ding ich mag die dinge nicht ha diesmal hab ich sie gesehen nein nein nicht so effizient wie gedacht naja zwar kann sie mal probieren so gegner töten gegner töten alles töten alles vernichten alles in die luft sprengen ultimative vernichtung anstecken äh anrichten ok den auch so töten äh was für den frei was keine ahnung was so spielen wir gegen super mario world so tschüss geschütze 1 tschüss tschüss bienenmest weil ich dich mal treff so tschüss bienen tschüss geschütze tschüss fische tschüss alles tschüss regenwald hoch hoch kr nicht besser Xiao fisch go 10 der sie die er Haha, ich bin so gut, ich bin einfach nur so unglaublich gut, ich kann es gar nicht beschreiben wie gut ich bin, so endgut, so einfach nur, ich sollte vielleicht die Powerlines wirklich langsam mal benutzen Ich habe davon nämlich recht viele, also neun von maximal neun, nein, ich wollte doch noch, ach weg mich, das meine ich, manchmal reagiert er einfach nicht, ich weiß nicht warum So, jetzt kriegen wir den Boss noch halbwegs gut hin Wow, geh weg Geh weg Solltschreffen wir irgendwie weiter weg vom Start hin Naja, geh sterben, geh sterben, alle sterben Ah, nein Hui, das war knapp Stehst da recht scheiße, möchte ich sagen Oh, nicht, ich, ich, geh weg Solltschreffen wir irgendwie weg vom Start So, da ist nur den da So, ich muss den ganzen Bildschirm im Auge gehalten Ich brauche einen kleinen Bildschirm, das ist nicht so viel, die überwachen muss in meinem Auge Hm, ich geh besser ein Stück weg Besser ist es Ach, scheiße Das habe ich gekauft, ich kriege nur damit noch klein, aber Können Sie sich mal ihn wegbewegen, bitte Jetzt bitte sterben Das war knapp Was war das denn jetzt Was weiß ich, ich will es gar nicht wissen, glaube ich Äh, Bounce Nein, das bringt nicht so wirklich was Das bringt was Ah, so schräg musste ich, glaube ich, schießen Ja Schräg Ich bin echt schräg Oh Gott Das ist wieder so eines der Let's Plays, wo ich Beweisen darf, dass ich absolut nicht lustig bin Oh Das war knapp Knapp ist dabei gar kein Ausdruck Oho Das war auch recht eng Ihr wollt mich wohl töten, wie bekomme ich langsam das Gefühl Also wirklich, langsam bekomme ich das Gefühl, ihr wollt mich töten Als wenn ihr mich gar nicht mögen Ach, leck mich Da ist noch ein zweiter Ich kriege doch Warten wir mal, jetzt soll ich so weit hochgepusht So, Schluss jetzt Wenn ich sie schon habe, dann können wir sie auch mal benutzen Dann ist sie halt gleich wiedergekommen So Noch mehr Powerlines Schöne Sache, das Was ist es denn noch bis zum Ausdruck überhaupt Sehr, sehr weit Sehr weit weg Vor allem Was? Ach, fick dich Ich sie es immer wieder vergessen Ich sie es immer wieder vergessen Oder über See oder was auch immer Ja Ich weiß nicht, wie ihr Leben verliert Ich habe es einfach voll drauf Da ist noch so ein Ding Kann ich da durchschießen? Nein Ah, spring da mal raus Boah, jetzt habe ich fast da reingesprungen Da sprühe ich eben da rein Ja, leck mich Ah, spring da raus Ich will da durch Wow, zum Glück bin ich unverwundbar Zum Glück war ich unverwundbar Jetzt sterb doch mal Und dann geht das Leveln hoch Gehen wir irgendwas runter Wow Ich spinn doch Ich habe doch echt langsam Einen totalen Vollschuss Komm, dann sterben wir bitte alle Oh Mann, oh Mann Ich finde ein Stein, der aussieht, dass wir gleich runterfallen Nee, aber Ja, leck mich Oh, was hast du jetzt davon Wow Ich habe gerade einen Moment echt Angst gehabt Oh, das ist von oben irritiert mich jetzt total Hatte ich doch recht Ich sollte dich schnell töten, bevor du anfängst, irgendwas auf mich zu schießen Echt gefährliche Fische natürlich auch besser macht Auf das Ding da oben kann ich jetzt sehr gut verzichten Äh, fällst du dann nicht irgendwie runter Scheinbar nicht Soll ich mal, dass du das fliegen lässt Hm Was mache ich da gegen die Fliegen Guck jetzt Ein Hoch auf die Bälle Auch wenn ich nie gern bald spielt Okay, Moment Okay Hm, ja, schön Schön Da kommen wir jetzt natürlich total super hin Uiuiuiui Wo ist denn die Lösung Wann kann man die Dinger eigentlich nicht töten Oh, die Dinger da oben habe ich gar nicht gesehen Nur auf meine Überreflexe Die man eben so hat, wenn man high skilled ist wie ich So, sterben bitte Danke Wie geht denn das Level noch? Ähm, liegt da wirklich hinter? Ach, scheiße Was mache ich denn? Das war jetzt nicht geplant Was kriegen wir da hinten? War das alles? Das war alles Ich meine extra Leben Was? Nein Ich war doch Ach, leck mich Komm, geh hoch Ah, ganz toll Gehe ich dahinter Natürlich gehe ich dahinter Und sterbe dann zweimal Für was überhaupt? Nichts? So gut wie nichts, glaube ich Sterbt bitte mal Mal gespannt, ob ich die Runde noch überlebe Selbst wenn, ich glaube, ich muss noch von vorne anfangen Die Runde, weil Ein im Leben Das kann doch gar nichts werden Also die nächste Runde dann mit einem Leben Ist doch nichts Ist das scheiße Oh, 10 dann Nein, ich komme mit 3 Am Anfang nicht mehr zurecht Schreibt mir doch hier noch Secret Oder auch nicht Schreibe ich Toll Pure Zeitverschwendung Äh, ja Oh Gott Fließbänder ja genau Was mir gewünscht hat Bin hier in Mega Man gelandet Oder was Aber das läuft in die andere Richtung Deswegen Ich bitte mal sterben Danke Kommt wahrscheinlich gleich noch mal irgendwelche Raketen An der Decke Oder so Aber nicht immer Doch Kommen sie Ich glaube Einen Schuss überlege ich Schon gar nichts mehr Oh Okay Hat es auf jeden Fall gelohnt Ah, ich sehe doch nichts Ich bring einfach mal ins Unbekannte Oh nee, oder? Macht das jetzt automatisch Oder nur nicht Oh 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 Ja Toll Nein Leck mich Doch Ich habe doch nicht mehr viel Zeit zum Aufnehmen Ja, ich würde gerne noch die Runde zu Ende spielen Ich glaube Ich mache dann morgen noch mal weiter Weil ich muss jetzt noch mal kurz irgendwas erledigen Und dann schneide es einfach zu einer Aufnahme zusammen Und Ja dann Bis gleich würde ich sagen So Nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt direkt weiter Kurze Unterbrechung Ja, hat nur 30.000 Stunden gedauert Und ich habe da alles vergessen Ah, nein Ich bin doch voll geskillt hier, ne? Ha, ha, ha Sterbt alle Ich bin jetzt unbesiegbar Mal wieder So, bis ich sterbe Kann nicht lang dauern Ha, ha Wo mein Stein Ah, ich habe das Geschütz schon wieder vergessen Was für ein Geschütz? Gibt kein Geschütz Ist dir alles nur eine? Gibt doch keine Raketen Nein Bist du dir alles nur eine? Holla So, töten, 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 töten Warum mache ich das jetzt so? Keine Ahnung Weil ich es kann Oder eher nicht Ich habe es eben voll drauf So, bitte sterben Besten Dank Ach ja Es wird nicht spannender mit der Zeit Muss ich sagen Und mich juckt es am Kopf Verdammte Leute Ist ärgerlich Ach ja Wollen Hau mal erst mal den Powerline raus Weil wir haben ja so viele Hey, Moment Habe ich noch nicht mal mehr? Hm, mir war es so Oder verliere ich jedes Mal Wenn ich lade eine Darf ich jetzt mal wieder sterben? Okay Power up Ah, jetzt kriege ich ja noch mehr Ha Ha Und wir kriegen sie nicht Gehen wir wohl nicht nochmal auf Wir haben nicht ewig Zeit Wir leben nur dreimal Äh, viermal Töten Töten, 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 töten Töten So Yeah Voll Los geht's ey Alter Voll ab ey Jetzt möglichst nicht sterben dabei Ha Nicht sterben Ha Ich springe deswegen erst mal Voll in die Gegner rein Voll krass in die Gegner Oh, ist Bescheid Aber in der Überlegung Entschuldige erst mal die Und Und weiter geht's Und ich kenne die Stelle schon auswendig Weil ich es halt schon auswendig kenne Und warum kommen da jetzt keine Gegner? Bestimmt ein Bug oder so Bin mir sicher Das sollte so nicht sein Ach Stirb doch einfach Na also Warum nicht gleich so So Jetzt töten wir die da mal Und sterben dabei Aber das ist kein Ding Willkommen daher Neuer Energie Ich bin gestern gestorben Aber keine Sorge Mir geht schon wieder besser Das hätte ich gerne Mal beim Endgegner Aber mal richtig gerne Das würde ich richtig viel Spaß machen Oh Tschüss Ja, ich habe das Schild Oh Will ich jetzt erst Muss ich ausreißen Oh Nein Ach, jetzt ist es natürlich genau weg In dem Moment War ja klar Ha Ich darf sie wirklich Mit einer Ziesung Eine Rakete töten zu können Dummes Spiel Das ist etwas simpeler Wie eine Ziesung Eine Rakete Die mich praktisch Instant death killt Kannst du mich nicht stoppen Dummes Spiel Oh Du brauchst schon ein bisschen mehr Eine Atomrakete Musst du da mindestens aufbieten Haha Seht meinen Skill Und er zittert Verfurcht So Dich noch töten Bei möglichst nicht sterben Ist ja ganz einfach Wenn man sieht Vor allem Dass wir dem nicht sterben Ach komm schon Das ist immer so freundlich Und stirbst Sei so freundlich Und stirbt bitte Schirp Ich stirb dann einfach mal nicht So Das ist doch schnell Alles hier töten Das ist da oben Töten würde ich auch noch mal Und das da unten Töten auch Und jetzt müssen wir Nach oben schauen Ich bin aber zu gut Für dich Du dummer Stein Oh Wieso ist der eben Da runter gefallen Was ist der Dreck Das ist nicht lustig Jung So Einfach alles abmähen Alles abmähen Ja Mit meinem Rasen Stirbt Eisenkugeln Insekte Ich das Leben Schütze Wo kann ich das denn treffen Wo werf ich dich denn Ihr sterben bitte Danke Ihr sterben Du auch Zu deinem Bruder Zu deiner Schwester Komm Zu deiner ganze Familie Mann ey Bitter ey Komm ich mit meinen Homies Alter Mein Homos Alter Und dann mache ich volle Platte Wurst Boah ist bescheuert Geht sterben Das läuft wohl viel zu gut Heute Jetzt meine ich Also gerade im Moment Nicht gut Endboss wird mir wahrscheinlich Voll in den Arsch Ficken Wenn ich Irgendwie so schieße So geht's Ich laufe zu hoch Vorm Auf Geh voll ab Mir alles nieder Ruhig blott Das Leben oben nehme ich auch noch mit Wenn es mir treffen wird Danke Und noch kein Leben verloren Ich bin so gut Nach dem Fisch fängt es an Nach dem Fisch das Feuer haben Ja Dann aufkomme ich eh wieder nicht Weil es beim Fisch natürlich extrem vorderhaft wäre Wenn ich dann mit Lichtgeschwindigkeit schießen könnte Zackt er wieder So nehme ich mit So Nehme ich das noch mit Und dann machen wir den Fischplatz Dann gleich mal an den Platz zu machen So stirbt doch bitte Danke Sterben Nicht alle sterben Wir sterben Wir machen ein großes Fischumlette Fischumlette ja Aus Fischen Nicht nett was du da machst Geh nochmal ein Stück zurück Danke So ist es schon deutlich Viel freundlicher Gut ist die Schrägfliegen Dadurch habe ich Chance Viel einfach zu killen Oh Bin ich so nah ran Das mag ich ganz und gar nicht Ich will jetzt mal die alle töten Wow Das läuft gerade mal so pervers gut Und keine Ahnung was ich da schon alles getötet habe Irgendwas passiert doch gleich Alt Soll ich doch gar nicht Was ist denn das jetzt Ich habe einen Soundlick Ich will jetzt gar nicht aufhören Bevor der Soundlick Okay Okay Jetzt Jetzt kann ich das durch Oh Ist das ja unschön Ja Das wird langsam unlustig Ich will jetzt nicht mit mir da runter auch nicht so gut läuft Moment ich versuch mal was Okay das war jetzt keine gute Idee Schön Ganz schön Jetzt ist es Hallo Nein Was Was Ich habe Was machst denn du jetzt Was ist denn jetzt los Komm Lad mir mich schneller hier hin Hallo Warum reagiert jetzt mal Tastatur Ach Was ist das jetzt für ein Trick So jetzt Jetzt Schön Ich bin so gut durch die Runde gekommen Dann fickt mir das Spiel Hör mal voll an Zum Kotzen Jetzt soll ich alles nochmal machen So gut Super Das läuft doch jetzt garantiert wieder beschissen Ja Die sterbende Steine Ach Geschützte sich töten Was Da Frisst das Keine Zeit für den Scheiß Tschüss Mann Mann Wie so gut So gut Ich meine Boah ich hab alles Ich liest so unglaublich gut So unglaublich gut Dann stürzt Dann hängt sich was auch immer das Spiel auf Ich hätte nicht S drücken dürfen Da hätte ich zwar beschissen In Sound gehabt aber ich hätte weiterspielen können Wobei der Sound ging auch leicht angekissen Und ich habe ich sprechen joda gelernt habe Also Ich joda Sprechen Gebracht habe bei Er hat alles was er weiß von mir Woll ich muss so erwähnen Am Rande Über eine grenzenlose Weisheit Habe ich ihn erleuchtet Und meine Fackel Damit habe ich ihn auch erleuchtet Ja Woll ich mal so erwähnen kann Das dauert zu lang So geht schneller Aber schon Geh sterben So Was für ein Schock Kampfschock Ähm Anderes Thema Ganz anderes Thema Ganz schnelles Thema wechseln Boah Hier würden wir alle sterben Danke Haha Wir sterben Kackensekte Habt ihr tatsächlich mich stoppen zu können Ich bin jetzt echt angepisst Wer angepisst ist Den kann man nicht mehr stoppen Hier ne Okay mich kann man stoppen Aber Eee Träfft ihr einfach Viecher Einfach oder nicht Ah Ist ein Kotzen Komm schon Wir sterben Danke Für Heilung Genau Sie gebraucht habe Heilung Und abwärts Und rüber Ich habe immer Angst Dass ich herunterfall Immer Ach das ist ein Schild Das ist gleich aufhört zu wirken glaube ich Wie schon so oft Vor Nein es wird weiter Weck du mal noch Es ist zu eng Aufhören Also knappes Gacke Ausdruck Ich habe auch die sterben Ja Für Fall runter Dann lasse ich sowieso einen Ruf Oder ich mache was Geh sterben Ich habe es gerade mal richtig raus Ich habe es gerade mal richtig raushaue Mit der Schnür wäre ich auch sehr verbunden Kapiert Schnür verbunden Wenn einem absolut nichts einfällt Was man reden könnte Da rede man halt irgendwelchen Scheiß Oh guck mal ein Stein Stein der Stein Sehen sie jetzt in der neuesten Rolle Ich habe es langsam richtig drauf Ich bin richtig gut Ich bin einfach der beste Und jetzt kriege ich euch alle Ich bin der beste Dann lasse ich den Gegner nicht Der vom Umfang kommt Weil ich so unglaublich gut bin Ich muss Gegner nicht sehen Ich bin auch Ich habe es nicht nötig Gegner zu sehen Ich bin nämlich einfach nur Grenzen Das ist gut Deswegen stirbt doch alles Was in meiner Nähe ist Ich ziehe die Line mal auf Jetzt ziehe ich mir vor die Powerline rein Das ist wie eine normale Line Nur mit mehr Power So Einmal alles lasern Bitte Tschüss 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 Moment Hey Ich gucke in die ganz andere Richtung So geht es heute auch mal So geht es Gut Irgendwie passt das schon Passt schon Ach Völlig egal was ich mache Der Fino guckt sich in den Mistdorfzimmern Guckt sich alles an Werdet irgendwas hoch Er guckt sich es an Nackte Frauen Nackte Männer Völlig egal Nackte Pferde Der juckt sich alles an Einfach alles Nein Er guckt die Reisens an Nicht Schlag diesen Fremler So Schauen wir doch mal Ob den Fisch nochmal so gut hinbekommen Wie Wieso 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 Ich muss ein bisschen höher gehen hat noch gar nicht berührt ist nicht verpasst verarschen oder was und ich habe auch noch aus hintergrund laufen jedoch weg die starren die starbe fickte ich natürlich funktioniert es wieder nicht so gut wie am letzten mal ja es wäre auch zu schön gewesen die sterben die sterben was war das überhaupt keine ahnung jetzt sterben praktisch vom letzten mal lief es immer so schön ich habe doch alles geschlossen warum ist es geschlossen alles eure schuld so hoffe ich jetzt keine grafik sound speeches mehr es kotzt mich gerade ziemlich an dass das noch offen ist ich soll die hintergrundprogramme immer schließen wenn ich aufnehmen moment ich treffe den damit cool ich treffe ihn halt echt damit wie geil ist das denn ach mach es einfach so kommen super dass ich jetzt einmal gestorben bin stört mir jetzt schon reinkommen stört endlich ich hoffe dass das spiel es nicht wieder abcrasht weil es vielleicht ungünstig so kristalle oder so immer ihr seid aber immer genau ihr darstellt fick dich ach leck mich toll läuft natürlich überhaupt nicht mehr und läuft überhaupt nicht mehr war ja klar hat jemand was anderes erwartet für will ich überhaupt die power line ich wollte jetzt irgendwie benutzen aber ging nicht gut dann eben nicht und aha das sind ja so scheiße ich würde jetzt es drücken aber dann crash das spiel am ende wieder und warten bis es vorbei ist aber das risiko gehe ich gar nicht erst ein ach fuck ich überstehe es wieder leck warst du warum ich jetzt zweimal gestorben was denn das für eine gebacke hier ich sage würde es trotzdem nicht leicht an wäre es leicht untertrieben und die sounds im hintergrund gehen mir auch gerade voll auf den sack so was erschlägt mir als nächstes vielleicht sterbe ich jetzt nicht wieder 20 mal ganz toll die wird auch noch durch steine gebremst geht es denn auch schön hintergrundgeräusche ja ist immer gut warum kommt das jetzt ich dachte ich hätte es geschlossen was hat er mich berührt oder war läuft überhaupt nicht mehr wie lange dauert denn das scheiß level noch wie lange nehme ich überhaupt schon auf keine ahnung ich wüsste es gerne mal oh das kommt die stelle wieder oh und der schießt auch noch auf mich hört das auch mal irgendwann nicht auf mann wie viel pech kann man denn haben ist auch echt unmenschlich ja 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 komm endlich in ruhe hier fällt mir ein wie spät es überhaupt ich muss dann gleich wieder was machen ich werde diese level nie schaffen oh ja ehrlich ich kann gleich nochmal neu starten glaube ich das hätte ich nicht gesagt ich bin so gut na ja blala moment so jetzt nochmal ja 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 wie lange spiel ich an dem scheiß level schon das war ein ernsthaft das wird doch bestimmt bald zwei stunden sein gut es ist nicht open arena hier da muss ich mir jetzt nicht so viele sorgen machen was kommst du spät bis dich bist du spät alles42 also das getötet bis jetzt diese fox x noch mal alles könnte doch aus wenn wir inzwischen sowoll ist nicht geplant attachi so her kommt jetzt nicht wirken moment Geräusche, auch keine Soundfehler im Spiel. Was war das jetzt eben schon wieder? Ich will das gar nicht so genau wissen glaube ich. Nein, das wird wieder eine 2-3 Stunden Folge werden. Das könnte das neueste, längste Video, das ich hochgeladen habe bisher werden. Was, das lässt sich noch problemlos hochladen. Was soll ich damit, bringt mir doch nix. Bis das irgendwo wieder sinnvoll eingesetzbar ist. Ich meine ernsthaft, wer hat denn die Schildposition, die Bonusposition da ausgedacht? Ich meine ernsthaft, wir bringen hier nichts. Das ist so absolut überhaupt nichts. Aaaaaaahhh. Fuck. Mann, Mann, Mann. Komm doch runter, wenn ihr euch traust, Baby. Na, trau euch nicht, was? Ja, bei mir hätte ich auch Angst, wenn ich ihr wär. Ja. Oder so ähnlich. Ich nix spreche im Deutsch. Nix spreche. Nein. Alt. Wo wollt ihr denn hin? Ich glaube es hackt ein bisschen. Nein, ich habe den Super Show verpasst. Wäre noch nie passiert. Was sagen sie alle? Kennt man ja. So, töten wir die erstmal. Töten, töten, töten. Was? Tötern. Das ist wie in der Schule. Hahaha. Einfach alles abknallen. Jetzt kommt der natürlich, ne? War ja klar. Oh, fast recht lang gelaufen. Jetzt stirbt. Mensch. Aaaaaaah. Krieg den wir nicht weg. Ach, leck mich. Bist du wieder so gut wie tot? Läuft überhaupt nicht. Aaaaaah, der Stein kommt ja erst später. So, du kommst mal runter bitte. Aaaaaah, krieg dich doch. Es fliegt doch so schön am Anfang. Komm jetzt nicht mehr. Da habe ich überhaupt Angst, dass er ein Schild hat. Wenn ich an das schon denke. Hau rein. So, geht viel schneller. Also theoretisch geht es viel schneller. Praktisch hält sich der Nutzen in Grenzen, aber egal. Toll wieder gestorben. Dann Power-Up-Seller reduziert. Ach, alles denn kotzen. So, Power-Up. Das ist eine herrliche Folge. Zing. Sterb. Sterb. Ich hatte noch etwas anderes heute vor, aber das wird wohl nichts mehr werden. Was? Ich kann mich treffen. Was geht denn jetzt los? Geht ja mal gar nicht ab hier. Scheiß Steine, äh Stachelkugeln, was auch immer. Ich weiß nicht, wurde der Name mal erwähnt? Wenn ja, dann habe ich ihn vergessen. Ich glaube schon, jetzt sterben. Fade-Faktor hoch 10. Dabei ist es doch gar nicht so schwer. Habe ich doch schon gezeigt, dass ich es kann. So. Komm schon. Yeah. Fetter Remix. Äh, ja. Vielleicht fett, aber kein Remix. Hey. Nicht beleidigend werden. Ja. So. Wollen wir das Leben noch? Ich werde es brauchen. Fürchte ich. Ist das Schlimme an der Sache. Ich brauche die Leben ganz dringend. Und ich komme die meisten nicht mal rein. Ich bin zu blöd, das Rad richtig zu benutzen. Darauf komme ich eh nie. Balls. Balls of Steel, äh, ja. Dann mal runter. Füllen uns noch einmal auf. Und dann gehen wir dauervollen doch mal zu dem Boss. Drücken wir richtig Damage raus. Dass er gleich mal mit richtig viel Fisch ein Topf beantwortet. Hohoho. Das hättest du wohl gern gehabt. Dummer Fisch. Äh. U-Boot. Was auch immer du warst. Ach ja. Klar. Tris nicht immer trifft. Tris nicht immer trifft. So ein unfairer Mist. Ich gebe eine Erdüberlegung mal ein Stück zurück. Ah. Da kann jetzt das stehen ist nicht so gut. Aber ich kann mich nirgends woanders hinschreien. Lass doch mal auf Abstand. Kack Fisch. Will ich noch mal sterben. Bitte stirb. Ohne mich zu töten. Hui. Hätt nicht gerade das wirklich noch überlebt. Und da ist immer irgendwas glaube ich aber ich hab keine Ahnung was mich tötst einfach macht. Hauptsache es ist tot. Das ist doch einzige was zählt. Jetzt zählen wir erstmal dieses Kack-Bieden-Nester. Ey. Schleckschießen Jung. Dann tut mir die Kack-Blume. Ich hasse Blumen. Bis alle sterben. Und dann denke ich an den Stein. Ha. Ich hab dran gedacht. Hab das gesehen. Hat auch keiner mehr mitgerechnet. Treff das Vieh von dir nicht. Aber so treffe ich es glaube ich. Auch nicht so direkt. Ich hab doch vorhin irgendwas getroffen. Ist tot. Wo ist Stein? Wie ich es mir jetzt einfach merke. Ich weiß nicht. Treffe ich irgendwas? Ich vermute jetzt einfach mal nein. Ah. Geh doch alle sterben bitte. Ah. Ich soll sterben. Mh. Mh. Mir ist ganz sicher. Es ist jetzt lange zufrieden. Es ist tot. Aber jetzt ist sie tot. Und du bist wieder auch tot. Danke. So. Raus da. Ich brauch Power-Ups. So. Power-Line nehm ich noch die gerne mit. Weiß ja nie, wann man sie noch mal braucht. Und wir brauchen erst von unten auf. Ha. Unglaublich spannendes Let's Play. Ja. Auch unglaublich spannende Kommentierung. Ich muss sagen. Was ich hier für Dinger raushau. Hab ich ja lange nicht mehr gehört. Na. Ha. Ein. Oh. Puff. Wie kann ich das Ding immer sehen. Ich schaff's immer wieder. Ein. Das ist die falsche Richtung. dummer Depp. Ah. Wow. Ich hab's diesmal sogar geschafft. Ohne nennenswerte. Boah. Jetzt lege ich aber richtig los. Jetzt bin ich nahe zu unstoppbar. Hab's gesehen. Hab's gesehen. Wie ich aber die Rakete da ausgewichen bin. Ich einfach so richtig los lege ich jetzt. Schier unbesiegbar bin jetzt. Kommt fast schon mal an. Ich kann das Spiel. So gut spiel ich grad. Jetzt würde man sterben. Du kack Raketenstation. Ha. Du kannst mir nicht zum geringsten gefährlich werden. Ha. Oh. Nein. Lauf doch weg. Mensch. Warum glaubst du und drück ich. Ja. Ist natürlich wieder. Power weg. Ja. Äh. Muss doch. Was so aufsiedlich ist das Ding runterfällt. So hier grill ich erst nur mit Fisch. Fischstäbchen. Frisch gefangen. Äh. Gefischstäbchen. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. So hier war glaub ich nichts. Auch wenn der Raketenstation da mal absieht. Und im Westen bin ich verfolgen hier schon wieder. Aber das können wir abstellen. Das können wir alles abstellen. Und ich will hochpowern. Ja richtig. Das hätte ich glaub ich gebraucht um an das Power up zu kommen ne. Naja. Hilft ja nichts um. Verflossene. 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 Vergangen. Na. Lauf doch weg. Mensch. So treff ich es nicht und so. So treff ich zumindest das Westen, ne. Jetzt bin ich schon der Dreiviertel ist tot. Na sag mal 80%. Aha. So könnte es das werden. Hahahaha. Ich bin zu schlau für dich du dummes Ding. Ja. Gegen meine volle Schlauchigkeit kann niemand was machen. Gegen meine Schlauchigkeit. Ich bin voll der Schlauch Jungs. Wo geht's denn da unten hin? Ich glaube da dreht sich irgendwas. Gegner. Ich glaube da will ich nicht runter. Ach ja richtig. Da hinten war ja nur irgendwie nichts. Das heißt ich muss da mehr oder weniger runter. Aber ich möchte ihn vorher möglichst noch das Ding da töten. Entschuldigung hab ich nicht genug Reichweite war ja klar. Ich habe voll den Skill. Ich bin Overskilled baby. Ah wie haben wir sie verweigert darauf zu springen. Ja. Ah das geht noch ins Auge. Das geht so ins Auge. So mal gucken wie muss ich denn lang. Ah ja. Scheiße. Sollte dieses Wespen es da mal töten. Bevor es mich tötet. Beziehungsweise seine Einwohner mich töten. Nö. Für mich geht es nicht rein. Ade. Karate. Oder so. Wo ich mich eh da wundern ne. Ja richtig. Das kommt die Stelle mit den Förderbändern wieder. Ich erinnere mich. Hat er mich noch getroffen? Ich glaube schon. Scheiße. Naja macht eh keinen Unterschied mehr. Ich habe noch unglaublich viel Energie wie man sieht. Meist mal alles platt was er so kreucht und fleucht. Und hoff dann das die Zeit reicht was da oben noch. Ist da oben noch irgendwas Gutes was ich gebrauchen könnte. Hoffen das die Zeit reicht. Ach ja. So was da oben ist jetzt brauchst du garantiert nicht mehr. Ja ja. Das war ja noch runter. Zeit reicht doch nie und nimmer. Wenn das Level noch lang ist. Warum ist das Level überhaupt noch so lang? Oh ja. Ach scheiße. Ich bin ja gar nicht mehr unverwundbar. Fick dich. Ja toll. Jetzt habe ich das schön. Wie nützlich. Oh jetzt ist es weg. Na komm. Geh runter. Da. Ach. Ach. Fick dich doch. Wie soll man denn da durchkommen Jungs. Wer hat euch das denn vorgestellt hm. So. Ich habe mich noch in Erinnerung dass da noch was richtig unangenehmes kommt. Kann mich natürlich auch täuschen. Fick dich. Powerline ist ja brutal nutzlos irgendwie. Oh. Ganz toll. Alles weg man. Was da jetzt mal so ist. Und. Ey. Nicht sitzen bleiben. Exit. Oh. Fick dich. Wie weit geht denn dieses Level. Ich will es jetzt schaffen Mensch. Ja. Ja. Blablabla. So. Mensch. Ist mir doch egal nach was die Pokéoshi niemals fragen wird. Ich antworte ihm eh nicht. Aber wer für dieses Spiel gemacht hat würde geschlagen. Was macht man einfach nicht. Mach keine schweren Remakes von zwischen Spielen. Ah. Ich hab den Shitstar schon wieder übersehen. Mensch. Wer ist solche Remakes macht den Vertrauten eh nicht. Ah. Ich treffe sie wieder nicht. So. Töten. 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 Hm. Ich weiß nicht mal was ich kommentieren soll. Mal. Sind wir da dasselbe. Ich kenne das. Gibt es nicht zu kommentieren. Lade ich aus. Mann. 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 Gegner töten, Gegner töten. töten, 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 töten. Spreng, spring, spring, vernichten, vernichten, tausend. lor kennt Euer kroaches, hier alle auf einer Schule, ihr wisst was ich hier mache töten töten, 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 töten Nein! Nicht in die Richtung in die richtung ja ja ihr mich auch töten 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 und töten nicht vergessen ganz wichtig jetzt fast vergessen zu erwähnen aber töten ist auch nicht sehr wichtig ich glaube ich hole mal ein stück these und klick meinen feuerknopf einfach mal fest weil warum nicht erstmal ist platt hier verdammt dieses schild wieder verpasst nicht lustig haa f***t euch doch komm schon, komm hoch komm hoch hau ab sterben Mensch, gestorben gestorben ha un-double-ble unbeatable overpro-gamer ich kenne die tricks inzwischen auf den falle ich nicht noch mal rein erst beim nächsten mal wieder na komm ich frag mich nur wie man da hochkommen soll irgendwie heißen wir den bomben aber das kriege ich eh nicht hin also lass es lieber gleich sein tötendöten töten 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 das hatten wir ja alles schon, es ist unglaublich spannend beim 2 milliardensten mal zu schauen wie ich da durchlaufe 2568,2 mal sterb zwar exakt so oft, kein mal wer oder weniger warum fällst du da runter? soll es doch nicht runter? war er schon immer da? ich kann mich nicht daran erinnern ich erinnere mich nicht das ist ja wie in Gerichtsverhandlungen oder behauptet, ich hätte Sex gehabt mit diesem Minderjährigen Mädchen was? was war das denn jetzt? was? wie das Ding ist? das ist doch noch nie drüber geflogen oh, fick dich man kann ja einfach Dinge ändern, die immer so waren das geht nicht kackt der Dreck da ach, fick dich naja, haha, super bin ich wieder ewig geschwächt und alles ganz toll super super ist doch noch nie passiert warum passiert es dieses Mal? hallo, stirbst du mal bitte? yeah, hier, keine komischen Soundknackser, ja? auf dem hatten wir es schon mal man sterben, sterben ach, dann bleibe ich mit dem Leben was hast du jetzt davon? du musst weiterleben, was hast du davon? ach, manno schon wieder gestorben das kotzt mich so an ich werde diese Runde glaube ich nie schaffen wir schweigen, dass wir das Let's Play mal irgendwann beenden danach habe ich schon das nächste in Planung ufo AI auf sehr schwer ja, genau meine Kragenweite spielst du das neue Pistolen aber wenn ich das mache dann merkt sich das dann wieder Delfine und dann will er das sehen und erzählt es allen weiter, weil ich sollte vielleicht da ein bisschen Abstand zunehmen was, hat er mich eben noch getroffen? ich wollte schon sagen, was? übrigens, wir haben den ersten Boss getötet äh, den ersten, ja, den zweiten, meine ich oh, ich treffe den auch so, cool geht es ja viel schneller geht es noch? oh, ich bin schon tot wohl auch Sachen, ne, geht ja nicht so, ne soll ich mir vielleicht das Power-Up mal aufheben oder auch mal ein interessantes Experiment ach, ja, das dritte, das blaue Ding ach, ich glaube es einfach nicht erst mal alles plätten, was da so kommt so also dieses Navi-Ding erledigen dann den Pflanzer oben euch nehme ich mit wieder auch wenn ich wahrscheinlich nie 100 zusammenbekommen werde oder habe ich schon mal 100 bekommen? keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst ich schaue mir nicht beim Spielen zu was einer der Gründe sein wird, warum ich ständig verliere aber was soll's ich habe immer noch ein Scheißholz wie öfter ich diesen Witz erzähle, umso lustiger wird er deswegen erzähle ich ihn so oft den Boden kann ich ja nicht durchschießen ach, nein, 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 jetzt sterbe ich gleich nochmal einen anderen Mal ich hab's wieder vergessen alles zerschießen, was kommt ach, das soll's in die andere Richtung rollen aber wenn wir schon gleich da sind doch komm schon, sterb doch was? ach, verdammter Fisch warum bist du da? man, 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 man ach, leck mich ist doch einfach nur die Möglichkeit ich bin schon wieder so ewig weit runtergelevelt mit meinen Power-Ups ach, ja, leck mich ich sterbe eh gleich wieder, von daher ok, sterben, 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 sterben Moment ach, da wird dann wieder irgendwas nein oh, ich geh mal lieber ein Stück zurück es ist tot ich weiß, jetzt wird sich freigestellt kann der Raketenabschlussrampe sterben ach, und ich hab's ach, f*** dich und wieder ein Level für Leben verschwendet juhu hab ja so viel davor ach, ja ach, ja was ist das da rauf, Mensch ach, schaff ich nie dieses Level oh, ja, jetzt ist mein Schüssel so ewig schwach schon teilen nützlos irgendwie ja, komm wir hau den Ding nicht sterben, 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 sterben sterb ihr leblosen Eisenkugeln ihr habt den Tod verdient oh, gar nicht gesehen oh, gar nicht gesehen das Ding ich wollte es gar nicht sehen, glaube ich ich wollte es gar nicht sehen, glaube ich ach, jetzt sterb schon, du verficktes Insekt und wie das Wesen ach, ja tötet mich ruhig ich hab's schon recht diejenigen Rassisten hier ständig wollen sie mich töten ja, so kriegen wir es kriegen wir wir haben es gekommen so, was haben wir da noch so ah ja, jetzt kommt wieder die Stelle mit dem verkackten das ist nicht geplant hat aber erstaunlich gut funktioniert ich sag einfach mal das war genau so geplant genauso und nicht anders weil, warum soll ich es anders planen also, warum soll ich es sonst so machen, wenn ich es anders geplant hätte ach, leck mich doch ich bin schon wieder so gut wie tot vielleicht bin ich tot mal wieder ist ja jetzt nichts neues so, was war da oben gleich nochmal, ich hab's schon vergessen ich glaub's einfach nicht warum machst du das? nein nein ach, fick dich völlig nutzlos die Power-Ups ich muss natürlich wieder äh, mach ich da so, wo da oben kommen wir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr wer hat dieses nutzlos Zeug so platziert? ich mein das ist absolut nutzlos wie das platziert ist Mann wir wieder nicht läuft ach ich hab nicht so viele Powerlines, die alle raushauen kann ach ja, es trifft mich wieder irgendwas komm, nehmen wir mal die Balls vielleicht gar nicht so schlecht diesen engen Gängen komm schon, wenn irgendwas sinnvoll treffen wird irgendwas sinnvoll einsetzen lassen würden so, so vielleicht so vielleicht hallo, stößt immer wieder auf besten dank ich töte euch mal und wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen ach, so schon mal nett toll ach, leck mich leck mich leck mich so, nach einer weiteren kurzen Unterbrechung die Aufnahme ist von Unterbrechungen dominiert so, ich versuch's heute noch einmal und wenn's jetzt nicht wird dann lass es erstmal wieder auf sich ruhen damit ich wieder alles vergessen kann und mich genauso dämlich und wenn ich mal wieder einstellen kann wie beim ersten Mal ah, ich hab dann gedacht, du dummes Geschütz ich hab auch noch ein bisschen was anderes vor als nur, ja, da rein zu springen echt? was tut? nichts ähm sterbt ihr, was auch immer ihr seid sterbt ihr nichts würdigen nichts würdigen ihr seid nämlich nicht würdig nicht einmal zu nicht würdig sein gut, dass ich mir meine Let's Plays nicht anschaue so muss ich mein dummes Gelabern wenn ich dann zweites Mal ertragen aufpassen, nicht so viel Energie heute hab das schon gemacht krass Ali Döner leer weißt du wer macht krass Ali Döner leer der hat wenig Energie was bekomm ich da überhaupt immer? ich hab keine Ahnung kann mir das immer jemand erklären also ich meine, ja ich bekomm Power-Up zum Schild und so aber manche Sachen kapier ich echt nicht was ich da bekomm ist ja meine Waffe zu 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 Entschuldigung, Entschuldige! Ich habe mich gefragt, ob sie wissen, wo der Ass ist! Das ist ein Sprachproblem! Vielleicht soll ich mal in den Höher schießen, im Treffingfeld noch mal was! So, ich kann aber einfach stehen und töte sie alle! Und zwar alle! 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 Und noch mehr! Töte sogar die, die ich nicht töte! Sogar die töte ich! Als erstes töte ich mich! Hm, warum habe ich mein Laser hier so niedrig? Mein Supershot, warum ist mein Supershot Level so niedrig? Naja, jetzt hat sie es eher redig! Ich hoffe, dass das Schild nicht aufhört! Wenn ich noch voll am Abgehen bin! Ich bin lieber vorsichtig! Sicher ist sicher! Ich weiß gar nicht! Ich glaube auch ein bisschen weit vom Mikro weg! Ich denke auch, man hört mich noch gut! Das Wichtigste ist, dass man mich hört! Meine Stimme! Dieses nervtötende Ding! Das ist die Stimme! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Und ich bin so viel besser als ich es bin! Und ich bin so viel besser als ich es bin! Ich bin so unbeschreiblich gut! Ich kann uns gar nicht beschreiben, wie gut ich bin! Und ich muss alles töten! Wo alles mich tötet! Na komm schon! Das Ding braucht mehr Power! Es braucht Super Power! Und mehr Reichweite! Hoffentlich kriegt es das noch irgendwann! So! Das ist wie so, keine Ahnung! So ein Rechen oder so! Nein! Rechen ist jetzt schlechtes Wort! Es wurde krass schlechtes Wort! So je nach krass viel besseres Wort! Was?! Nein! Was ist denn das heute? Geh wieder ins Spiel! Geh wieder ins Spiel! Ah! Was?! Hallo! Oh nein! Nein! Ach! Und jetzt reagiert wieder alles nichts mehr! Boah! Was ist denn das für eine Scheiße! Mann! Mann! Komm! Komm! Lauf zu! Steh da nicht drum rum! Komm! Fall runter! Ja! Ach! Leck mich! Ja! Fall runter! Komm her! Ja! Ja! Nochmal! Mann! Was ist denn das für eine Scheiße! Die haben die Zeit! Komm schon stirb! Stab! Unvermacht! Max! Stab! 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 Boah! Mann! Toll, minimiert sie's. Dreck, die Tassentur nimmer. Was soll der Dreck? Och, das nochmal alles machen. Man, das ankotzt grad. Oh, hier wieder die Power-Ups, 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 mehr Power-Ups. Komm schon, lauf zu. Guck nicht in irgendwelche Richtung. Ja. Tönen, 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 tönen. Stirb, 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 stirb. Warum wechselst du die Waffe, ohne mich zu fragen, hm? Die Erklärung wollte ich immer noch. So, geht immer alles schon sterben. Ich habe ja mein Schild So, töte ich euch alle Ja, mit dem langweiligen Scheiß wieder machen Ach, er berührt mich natürlich Ach, das gibt es mich, da oben kriege ich eh wieder Nebenenergie Kommt gerade nichts, warum immer da jetzt nichts kommt Ist mir auch egal, warum immer nichts kommt Was wollt ihr denn jetzt noch? So, weiter geht's Von daher Nach Ich werde doch mal raus Weiter, 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 weiter Weiter, 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 ganz schön weiter Ich werde noch unverwundbar werden Mal ausnutzen So, mit allem was wir können Ich bin nicht nur unverwundbar Muss ich wieder aufpassen So, hoffentlich funktioniert das letzte Spiel So, alles töten Alles töten, töten, töten Ach Es kotzt mich so an Ach komm, voll runter So, einfach Dauerfeuer, alles raus, was ich da habe Ich will nicht die Waffe wechseln So, töten Töten, was sterben will Die Kugel, die Flieger, die Kugeln, die Flieger Schütze, die Kugeln, die Insekten Ich habe keine Ahnung, treffe ich es jetzt nicht Ach, wer heißt Keine Ahnung, wie das Ding ich treffe Töten, 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 töten Töten, 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 töten Echtes Kunstwerk, finde ich ja nicht Ja, ich finde es auch total toll So, mir war eine runde Let's Play aufgefallen So Tschüss jetzt, Feierabend Ruhe jetzt Ich stelle die Wellen des Todes aus Schnauze, Schnauze Komm schon, stirb Na also Weiter geht's Bin angepöst Ein wenig Ich kann aus meinen Kniescheiben schießen Und aus meinem Kopf Und aus meiner Brust irgendwie Und aus meiner Kanone Nee, aus meiner Kanone kommen zwei Obwohl ich noch ein Rohr habe Da guckt ihr, wer schaut, ne? So viel Skill habt ihr noch nie erlebt Ich bin einfach überskilled Deswegen bin ich auch gerade so schlecht Ich habe zu viel Skill für dieses Spiel So Schauen wir, dass wir das halbwegs vorhin bekommen Also eh nicht passieren wird Aber man kann ja noch hoffen Hahaha, nein Kann man nicht Da ist alle auch noch verloren Ah, geh weg du Fisch Geht doch sterben Ach, naja, gut Besser berührt mich Als er schon wie ein Torpedo ins Gesicht schießt Ach, bleib halt stehen Hast schon recht Warum auch bewegen Bewegen ist voll Ja, Nubi Ja, Fick dich Einfach, wie soll man denn ausweichen Naja, schwöre, die Hälfte von Energie weg Du stirb endlich Mann Soll ich zum Aushalten Wenn sie das nochmal minimieren oder irgendwas Dann Pff, war's das So Töten 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 Ja, genau Wie Knapp kannst du nur noch rumschießen So Mitnehmen Dauer ab Das ist ja jetzt so, dass wir es schon auswendig kennen Ach ja, genau Du hast mich doch nie und nimmer gesehen Leckt mich Wie weit mir die hinterher fliegt Von Wahnsinn Wie, und jetzt schießt du nicht Die Logik, verstehe mal Ah, was mache ich denn Das war so nicht geplant Würde ja bitte mal alle sterben Das war dieses Neste zernichten Nein, geh doch Ach, jetzt Ich hasse es Warum hängt es Sobald ich auf dem einen Knopf spiele Dann hängt es öfters mal Und auf dem anderen Ja Habe ich dann Probleme Links und rechts Ach, jetzt zum Kotzen Was denn das Entweder das ist über- oder unterempfindlich Leckst mich doch am Arsch Man, kann das nicht so schwer sein Ich spiele doch nur auf Hurricane Soll doch zu schaffen sein Ach, und warum Ach, leck mich doch Ach, und ich vergesse es so bitte Füge dich Komm, spring Schildert natürlich immer dann auf Wenn man es mal bräucht Das ist dieses Scheißteil Ach, bin ich gleich wieder tot Ach, so willst Komm, ich nicht weiter Ich könnte Balls benutzen Weil die habe ich voll aufgelevelt Wie ist das Mistvieh Ich tue da erstmal alles Was mir so im Weg steht Was soll denn das? Warum schießt die auf mich? Achso, das schießt die erst da runter Ui Mach es doch so Wie auch sonst Toll, leck mich Piss it on Ach komm Ich habe doch Ach, leck mich Ja, es wird eh wieder nix Immer wenn es gut läuft Crash das Spiel Und da es nicht crasht Läuft es nicht gut Das ist aber nicht geplant Ach komm Fick dich Ganz toll Naja, davon habe ich natürlich Überhaupt nichts mehr inzwischen Weck mich doch War mal echt Ja Das mit dem Level Ein Video pro Level Vergessen wir jetzt gleich mal wieder Das habe ich nie gesagt Wenn du was anderes Überhaupt wieder lügt Egal wer es ist Was ist? Keine Ahnung Mit Deutsch Wenn du was von mir willst Ah, ich wollte doch gar nicht runter springen So, verursachen wir mal wieder ein paar Soundfehler Ja, so habe ich mir das genau vorgestellt So und nicht anders Und ich glaube ich nehme nur noch Balls Weil dann habe ich wenigstens ein wenig Streuung Die kann man ganz gut gebrauchen Möchte ich mal sagen Ah, nicht genug Streuung Nach 2 Milliarden Unterbrechung Mehr Problemen Mit Spielen Das sich einfach mal minimiert Damit hätte ich mich auf die Tastatur einschlagen wollen Aber schön, dass nur noch ich in einem Top 10 bin So, Feierabend Kann man nur noch einstellen Das war's für heute mit Hurricane Ich habe, ey Ich habe bestimmt noch ein Kabel irgendwie, keine Ahnung Können Lust mehr, ich gehe jetzt noch irgendwas Gutes zucken Keine Ahnung Planescape Drament oder so Egal, das war's für heute Ich sage auch wieder, bis zum nächsten Mal Ja, hoffentlich nicht